jo was geht ab leute herzlich willkommen zu diesem weiteren video auf diesem kanal heute machen wir mal eine weitsprung challenge mit dem luigi biker ich bin gespannt wie weit er springen kann wir haben in 50 cm abständen mal geprüft wie weit er so springen kann ich wünsche euch viel spaß so 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 so